Herzlich Willkommen! Wenn du schon einmal hier warst, klicke dein Pferd an. Wenn du neu beginnen möchtest, klicke auf ein Pferd ohne Schild. Wir machen jetzt weiter beim nächsten Spiel hier drüben. Sei leis, Wendy, wir haben das schon fünfmal gehört. Oh nein. Oh, das stimmt nicht mehr. Oh Gott. Ab und an tauchen auf dem Spielfeld eine Sonne und ein Stern auf. Mit der Sonne kannst du die Wolke kurz einfrieren und mit dem Stern bekommst du einen verlorenen Versuch zurück. Versuche so viele Pferde wie möglich in den Stall zu bringen. Na dann los. So ungefähr. Du musst die Pferde wegreiten. Los, los. Schnell, schnell! In den Stall oder da? Ja. Nein, da, in den Stall, ja. Und das andere. Oh, pass auf die Regen. Pass bloß auf die Regenwolke auf. Das darfst du nicht berühren. Ja, ich renne schon hin. Das darfst du nicht berühren. Warum bist du draußen rumgegangen? Weil hier nicht gelaufen ist. Oh, schnell, schnell. Wie auf einmal die ganzen weißen Pferde das bauen? Vor allem nur weiße. Ja, nur weiße. Sind wir beim Lipizzaner hoch oder was? Wir sind beim Lipizzaner. Auf der links, links, links. Pass auf. Pass auf, da ist doch die Regenwolke. Aber die laufen alle auf die Regenwolke zu. Nein, die Regenwolke. Nein. Die Regenwolke. Die Regenwolke. Die Regenwolke. Die Regenwolke. Die Regenwolke. Die Regenwolke. Das ist tot. Nein, 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 nein. Hol das! Es läuft nicht. Es läuft nicht. Wieso? Jetzt auch? Hol's. 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 Nein! Du musst ja längst das Pferd holen! Oh, da kommt er unten! Oh, ne! Das ist voll, voll schwer! Da wären Stehen gewesen. Aber du hast viele Pferde vor dem Unwetter schützen können. 140? Du bist das letzte! Guck mal, 500 Punkte hat Lena gewonnen! Ja, mach du mal! Lena macht 500 Punkte! Hau du mal rein! Durch das Erledigen dieser Aufgabe hast du ein tolles Puzzle gewonnen! Los geht's! Jetzt geht's! Was ist das Pferd? Okay, wo ist das Pferd? Ja, ja, ja! So, easy, ganz easy machen wir das! Wo sind meine Versuche eigentlich? Oben rechts! Kann ich irgendwie jumpen, springen oder so schnell reifen? Ich mein, die rennt ja schon schnell! Längst! Nängst! Was machst du denn? Ist gar nicht so leicht wie man immer denkt! Nee, ist gar nicht so leicht! Wie viel hattest du vorhin? 140 Punkte! Stoppst du locker! Da Stern! 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 Aber das bringt mir jetzt gar nicht, du hast ja noch keinen Versuch! Die Gewitterwolke ist für 10 Sekunden eingefroren! Oh! Nutze die Zeit und bringe so viele Pferde wie möglich zum Stein! 10 Sekunden! 10 Sekunden könnte lang sein! Nein, die sind kurz! Schnell da oben 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 oben! Die sind kurz! Oh 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 oh! Heihei! Oh, Z Ford! Komm! Die 500, knack mal! Oh Gott, die 500? Das machen wir erst mal 200! Los komm! Los komm! Oben links! Oben links! Noch oben links! Schnell schnell die Gewitterwolke! Schnell.. Schnell 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 Mann wie schnell sie auf dem Pferd ist und gesattelt haben finde ich ein bisschen lustig Schnell die Pferde oben rechts die sind in Gefahr Oh nein 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 die Pferde sind in Gefahr Und links ist in Gefahr Schnell oh Gott.. was soll ich machen? Schnell 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 Oh nein 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 Die Wolki steuert aber auch drauf zu was für ein Bastard Ähh so schnell schnell ja Links 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 Längst. Sie läuft nicht. Ich sag ja, die läuft manchmal nicht. Boah, wie ist es noch grad weggeloten. Schnell, schnell, schnell. Wir haben die läuft 500. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, ja, 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 das sind ganz viele auf einmal. Schnell, oben, oben. Oh, wie viele auch so spawnen auf einmal. Da oben, da oben. Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Schnell, rechts, 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 rechts. Sie läuft nicht. Jawohl, 500. So schaut's aus. Das kann ja ja aufhören, oder? Oben das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. So, ja. Aber ich hab ja noch, guck mal, ich hab noch alle versuchte. Trotzdem. Wenn, dann gescheit. So. Du kannst ja auch anderen. Der Stern. Die Gewitterwolke ist für 10 Sekunden eingefroren. Ah. Wenn du dich aus dem Weg gehen willst, kannst du auch die Wege reiten. Ah, ich bin total gechillt gerade. Ja, genau. Das Pferd rennt da unten gleich rein. Das macht aber nix, weil die Gewitterwolke eingefroren ist. Hä? Du bist eingefroren. Schnell in das Pferd. Oh. Was ist denn das für ein asertialer Scheiß? Los. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, jetzt ist es dann zu spät. Jetzt, jetzt ist es vielleicht zu spät. Und. Na gut, du bist der 670. Das. Ach, ich darf auch nicht die Wind da irgendwie drücken. Nein, natürlich nicht. Na. Das macht doch Sinn. Ach so, nee, mal gar keinen Sinn. Ach ja, doch. Ach nee, das war. Ah, ich weiß nicht. Aber erster High. Erster. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Ups. Wir sagen wir erst 25 übrigens, ne? Also da kann man schon noch ein bisschen was machen. Ach mal, da liegt ein. Da liegen Klamotten. Oder ne, das ist Riesenkatze. Mach jetzt doch mal was. Wie niedlich. Eine der Katzen vom Gestüt schläft tief und fest und träumt von einem Abenteuer im Dschungel. Kannst du ihr helfen, von Leane zu Leane zu springen und sie so weit wie möglich in ihrem Traum zu begleiten? Drücke einfach im richtigen Moment die linke Maustaste oder die Leertaste deiner Tastatur. Für jeden geschafften Sprung erhältst du Punkte. Wenn du eine Leane verfehlst, ist das Spiel vorbei. Erfolg. Warte, die Leertaste. Ups, die Katze ist tot. Versuche es doch gleich noch einmal. Ja. Für die besten Liste hat es diesmal leider nicht. Mach halt. Kriegst du oder ich leertaste? Mach das ist ja total, total. Schnauze jetzt. Jetzt geht's los. Genau. Nicht schlecht. Wow. Und war noch geschafft. Aber du hast schon einige Lianen hinter dir lassen können. Gar nicht mal so schlecht. Toll. Du hast es in der Toll. Das ist immer LED. Ich habe wohl keine Ahnung, was man machen muss. Da ist ein kleiner Fluss im Weg, den sie überspringen möchten. Werden alle trocken das andere Ufer erreichen? Du musst helfen. Drücke im richtigen Augenblick das farblich passende Hufeisen, damit das richtige Pferd springt. Schaffst du es nicht, wird das Pferd nass. Das Spiel endet, wenn drei Pferde nass geworden sind. Los geht's! Du musst das richtige Hufeisen kriegen. Ja, pass auf. Das ist das Geschenk der rechts. Im richtigen Moment. Im richtigen Moment. Ups. Ups. Das Pferd darf nicht nass werden. Warte. Vielleicht jetzt. Und. Schade. Oh, der ist auch nass geworden. Genau. Das sind aber hübsche Pferde. Oh, da muss man ganz, 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 da muss man ganz krass warten, bis es fast ganz durch ist. Nur dann geht's. Gut gemacht. Aber die Pferde sind voll schön. Ja, das ist schön gemacht, ne? Schade. Oh, schade. Probier du das mal. Bei mir hat er grad grad nicht so gewollt wie ich. Das war, war unfair vom Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es schön auf Platz 11. Gott, es nervt mich, wenn ich mir so lange laber. Jetzt mach hin. Na dann los. Na dann los. Na dann los. Mhm, mhm, mhm. Gut gemacht. Das sind alles so schöne Pferdchen. Super. Juhu. Juhu. Das war klasse. Natürlich. Juhu. Voll süß, die Pferde. Das ist echt total toll. 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 Wow. 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 Wie viel war der Rekord? 21? Welcher Rekord? Der gab's doch nen Top-Rekord. Das muss nur Erster werden. Gut gemacht. Gut gemacht. Super. Ja, guck mal, sind es immer dieselben Pferde. Mhm. Äh, voll cute. Gut. Eigenartig. Oh, guck, da kommt's angeraced. Das ist schneller als das andere. Juhu. Juhu. Toll. Wow. Juhu. Aber schöne Minispiele. Weiter so. So ein Pech aber auch. Das hat mich abklinkt. Gut so. Oh, wow, 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 wow. Das war klasse. Machst nix. Was ist denn los? Ah, ich weiß. Wieso? Wieso? Was ist denn mal? Konzentration nicht da. Ja, ja. Konzentration ist da. Das war klasse. Gut gemacht. Gut so. Gut gemacht. 22? Was? Ja, ich bin da so heute mit dem Stuhl. What? Nur 22? Äh. Ja, erster. Jawohl. Jawohl. Ja, dann schauen wir uns die nächsten Spiele beim nächsten Mal an. Tschüssi. Tschüss.